Ein Simracer auf dem Podium in der DTM, was? Was schaffte tatsächlich Tim Heinemann im Porsche, nämlich beim DTM-Auftakt in Oschersleben, fuhr der ehemalige Rennfahrer, der im Simracing gestartet ist, tatsächlich aufs Podium. Der 25-Jährige saß 2009 damals das erste Mal im Kart, konnte aber aufgrund Budget nicht weitermachen und stieg in Simracing um. Und jetzt ist er Rookie in der DTM und direkt auf dem Podium. Also ganz ehrlich, das ist stark.